Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Farm Manager 2021 mit vier neuen Feldern von der letzten Folge, beziehungsweise in der letzten Folge gebaut, denn die Mission, die Kampagne geht weiter. Pflanze Kohle an, Pflanze Stachelbeeren, Schwarze Johannisbeeren und Mohn auf den Feldern an. Der Kohl, der wächst hier noch nicht jetzt, denn wir haben keine Mitarbeiter. Hier stellen wir direkt mal um mit unserem eigenen Mist gedüngt, sogar mit dem von den Menschen. Und jetzt gucken wir mal hier, was ist denn hier los? Pilz befallen oder was? Mittel gegen Pilze. Oh, da fehlt es gegen Mittel gegen Pilze. Befallenes Feld. Oh, einer deiner Nutzpflanzen ist von einer Krankheit befallen. Und was soll ich jetzt tun? Holt den Flammenwerfer. Haben wir kein Mittel gegen Pilze mehr? Äh, Huchner, da werde ich es nicht rausfinden. Äh, Mittel. Mittel. Gehen wir mal hoch auf 30. Mir soll es recht sein. Ich würde gerne haben, dass hier irgendjemand arbeitet. Priorität? Ja, so wie alle. Muss jetzt nicht unbedingt eine hohe Priorität haben. Die sollen das andere nicht vernachlässigen. Huch! Zu niedrige Luftwohnigkeit. Das kann ich nicht ändern. Wetteralarm. Ah, da könnte man ausschalten. Die Benachrichtigung? Ne, ich glaube nicht. Huch! Warum kümmert sich denn niemand um das da hinten? Wir haben, glaube ich, wirklich viel zu wenige Arbeiter hier. Wir sollten noch ein paar einstellen, habe ich das Gefühl. Vielleicht machen wir ja hier noch ein Haus dazu. Weil da müssen die nämlich nicht von ganz... Gut, die müssen so oder so von ganz da vorne mit dem Trecker kommen. Äh, huch! Da wollte ich hin. So, ganz sozial sind wir. Äh, tete, 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 tete. Machen wir das... Mit ein bisschen einem Abstand hier hin. So, dann spulen wir mal ein bisschen vor. Die sagt dann nur, wir sollen es anbauen. Die sagt dann nicht, wir müssen das hier ernten. Also mal gucken, was dann rauskommt. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir hier was ernten. Das ist nämlich, äh, sehr nur Zweck des Ganzen hier. So, Radiusbereich. Kann man übrigens auch seit dem neuen Patch, äh, äh, an neu einstellen. Also selber regulieren, wie groß der Radius sein soll. Keine Ahnung, was ein Radiusbereich von sieben Meter bringt. Ich lasse das mal immer aufs Höchste. So. Und jetzt? Gereon Altheim. Naja. Naja, der will zwar fast nichts gezahlt, aber... Naja, da gibt's bessere. Hoffentlich. Beispielsweise ihn hier. Der kann auch gut mit Obstgärten, die wir noch nicht haben. Ich nehme mir überhaupt alle drei. So. Na, da geht's schon mal los. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Wir pflanzen hier an. Äh, erstmal noch gar nichts. Erstmal gucken wir mal. Äh, wie viel brauchen wir denn? Machen wir mal die schwarze Johannisbeere. Die haben wir hier. 1.008 Stück. Äh, 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 na, wo hat denn die die Idee wieder herbekommen? Wo hat denn die die Idee, äh, wo hat denn die die Idee herbekommen, dass wir hier schwarze Johannisbeeren pflanzen sollen? Die kosten uns 15.982 Euro. Ich seht das jetzt mal wieder als Euro hier. Die kosten uns knappe 16.000 und bringen uns 14.500. Das heißt, wir machen pro Wachstumszeit 15, äh, pro 50 Tage, also ich schätze mal jetzt so vier bis fünf Durchgänge pro Jahr. 1.500 Minus. Das sind hochgerechnet. 3.000, 4.500, 6.000, 7.500 Minus. Ist jetzt nicht viel, aber ganz ehrlich, mit dem Kohl machen wir, weiß ich nicht, wie viel Gewinn. Mit, ich glaub, 50 Euro Einsatz. Hier zahlen wir 16.000 ein und holen uns nur 14.500 zurück. Na, die hat die Idee. Wahrscheinlich hat die einen eigenen Bauernhof Bankrott geführt und die will jetzt hier bei uns mitmachen. Ah, die hätten wir vorher vielleicht schauen sollen. So, Mats Schulz ist hier am Werkling. Der hat ja noch gar keine, wie kann der da werken? Der hat ja noch gar keine, gar keine Seeds. Achso, der macht jetzt das Feld. Na gut, dann braucht er auch keine Seeds. Die müssen wir erstmal hier zulegen. Schwarzsee, Johannes Beere. So, da brauchen wir 1.008 Stück. Na, herzlichen Glückwunsch. Da gehen wir ja gleich Bankrott. Wie viel kostet denn das? Hat der sich jetzt schon gekauft, diese 1.008 Stück? Muss ich ja gleich mal gucken hier irgendwo. Die Frage ist halt nur, wo? Wo gucke ich denn da? Hallo, wo gucke ich denn da? Das sind nicht die Seeds. Die müssen ja normalerweise ganz oben stehen, oder? Künstlicher Dünger haben wir 1, ne? Super. Dafür haben wir 13.000 Futterrüben. Ah, 1.008. Jetzt interessiert mich das einfach mal, wie viel das kostet. Ich meine, wir lassen es ja immer automatisch kaufen. Ach so, die 16.000. Na gut, das haben wir ja eh gerade rausgefunden. Okay, okay. So. Dann geht's hier weiter. Bevor wir da weitermachen, gucke ich mal ganz kurz, ob wir vielleicht, huch, ob wir vielleicht andere, na toll, genau die richtigen, haben, die hier arbeiten möchten. Dann, was war denn noch? Mohn. Wie schauen wir denn hier aus? Mohnsamen. Wir brauchen einen Kilo, kostet doch nur 150, bringen uns 9.300. Das ist wieder was, wo ich sage, okay, das können wir gerne anpflanzen. 120 Tage ist vielleicht ein Stückchen zu lang. Aber okay, das ist eine Mission, müssen wir es so oder so machen. Aber ganz ehrlich, 150 und bekommen 9.300, 9.400 raus. Das ist vollkommen okay. Machst du einen Gewinn? Selbst wenn es eine 151 wären, wäre es besser, als dass schwarze Johannisbeere fällt. Es ist halt so, es ist ein Faktum. Äh, Mohn. Was können wir hier dann noch, irgendwelche Mohnen, Mohnen nachher, sagen wir, verkaufen? Naja, gucken wir mal. Das wird das Richtige sein und wir kaufen hier mal 20 Stück. Oder kaufen wir mal 20, also 20 Kilo, vermute ich mal, dass das sein werden. Da unten haben wir auch 20. Da haben wir auch 20. Jo, ich glaube 20 fahren wir da relativ gut. So, tschüss. Und was war das Letzte, aber ich würde vergessen. Stachelbeere, genau. Stachelbeere, 1307, bringt uns 9.156. Finde ich auch okay. Bringt uns zwar nicht so viel, da bringt uns der Kohl viel, viel mehr. Aber ganz ehrlich, es ist ein Plus dahinter. Das ist schon mal die Hauptsache. So, jetzt habe ich nicht geguckt. 950. Was fehlt denn da wieder? Keine Maschine. Pfluglili, okay. Vielleicht sollten wir uns noch einen Pflug dahin stellen. Obwohl wir den ja auch nur jetzt ganz oft brauchen und später dann nicht mehr. Stachliges Bärchen. So. So, dann. Na, ich hoffe, da wird noch was gepflanzt. Nicht genügend Arbeiter. Okay, dann gucken wir direkt mal wieder hier rein. Der ist gut in Pflanzen und mit Obstgärten. Der Nehmer. Ich hatte ja immerhin, äh, 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 bisher immer so bedacht drauf, dass ich nur diejenigen nehme. Sind die hier eigentlich auch da so gut arbeiten? Ne. Äh, nur diejenigen nehme, die wirklich nur mit den Pflanzen beschäftigt sind. Aber ganz ehrlich, wenn der volle 5 Punkte, 5 von 5 Punkten hat, warum soll der nicht da arbeiten können? Der kann da arbeiten, dann kann er von mir aus irgendwann mal später auf Obstgärten arbeiten. Wo auch immer wir die hier noch unterbekommen sollen. Ich hoffe mal, irgendwann wird das da hinten freigeschalten. Denn sonst haben wir bald einen Platzmangel hier. Ich wüsste nicht, wo wir da noch so verschiedene Dinge hinpflanzen sollten. Das geht schon langsam über. Ich glaube, wir sind ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Wir haben hier zwar noch relativ viel Platz, aber kommt drauf an. Dann sagt er irgendwie, lege, weiß ich nicht, was für ein Riesenfeld an. Und dann, hm, schauen wir blöd aus der Wäsche. Aber ich vermute mal, das wird sich irgendwann mal bis dann nach hinten ausbreiten. Warum sonst sollte es das hier alles geben? Warum sonst sollte es hier Ställe geben und so viel mögliches Zeug sehen? Müllhaufen beispielsweise, eine verlassene Maschine. Wenn wir das alles nicht brauchen müssen, brauchen dürfen, benutzen dürfen, weißt du schon. Irgendwann mal im Laufe der Kampagne, denke ich mal, werden wir uns da hinten auch nochmal wiederfinden. Da werden wir unser Millionengeschäft hier dann aufgeben. So, ich würde sagen, was wir jetzt hier aufgeben, ist erstmal die Warterei. Und wir stellen uns jetzt da jetzt noch so eine Milchverarbeitungsanlage dazu. So, mal gucken, was die halbwegs da... Nein, da habe ich ja wirklich viel zu groß gebaut. Wah, wah, wah. Da können wir ja gerade noch eine Strecke durchziehen. Na, warum auch nicht? So, und da können wir nämlich hier mit der Schafsmilch irgendwas anfangen. Äh, mit der Ziegenmilch meine ich natürlich. Und ich vermute mal, wir werden ein paar Ziegenbauernhöfe auch brauchen. So, Ziegenmilch verkaufen wir jetzt bitte nix mehr. Ciao. Ziegenkäse? Ist das der Ziegenkäse? Ich glaube, das ist der Ziegenkäse. Nicht genügend Arbeiter. Oh, jetzt kommt eh der Winter. Da haben wir dann wieder viel zu viele Arbeiter natürlich. Wie sieht es denn hier hinten eigentlich aus? 509 Erdbeeren haben wir noch. Ich bin nämlich überlegen, ob wir da vielleicht auch niemanden einen zweiten einstellen. Aber ich weiß nicht. Noch sind mir nicht genügend Erdbeeren da hinten. Wenn wir da mal über 1000 sind oder so. Gut, da kommen wir ja eh nicht hin. Die verkaufen wir ja dann. Ich verkaufe mal keine Erdbeeren. Ich setze auch den Erdbeerenhandel 1500, hat man gesagt. Ich setze den mal aus. Alle Erdbeeren, die wir haben, kommen da hinten hin und werden zur Momenade. Und spätestens, wenn wir zu viele haben, können wir uns hier noch einen zweiten oder dritten dazugönnen. Dazugönn von den Arbeitern. Und wenn wir dann immer noch zu viele haben sollten, dann können wir immer noch verkaufen. Ist ja nicht so. So, wir gucken nochmal hier. Der kann nix. 44 Arbeiter. Hier ist alles voll. Guck mal. Hier sind 8. Hier sind 6. Gut, einer davon arbeitet da hinten. Also sagen wir mal 5. Sind 13 insgesamt. Hier sind doch mal 4. Sind schon 17. Gut, die haben auch 17 Felder, glaube ich. Genau, wir haben genau 17 Felder. 18 Felder sogar. Ja, gut. Okay, vielleicht noch ein paar. Sind wir mal nicht so. Ich glaube, wir brauchen aber leider auch noch ein paar von den Ziegen hier. Ich glaube nicht, dass wir mit dem einen hier auskommen werden. Haben die eigentlich schon nachgebrütet? 7 sind hier schon sehr gut. Gucken wir mal. Der wird ja wieder ganz gut hier hin passen. Dann haben wir nämlich mal Ziegenhöfe. Und dann ist diese Riesenanlage hier nicht so abhängig von diesen 10 Ziegen da unten, sondern von, naja, 18 anfangs mal. Oder 17. Mal gucken. Ich möchte nämlich nicht direkt wieder die Bude voll machen, sondern gucken, dass die vielleicht irgendwann mal nachkommen zeigen. Wenn dann wirklich voll ist, wenn dann 10 von 10 Ziegen da sind, ich glaube, sterben kann ja hier niemand, dann ist ihr egal. Dann sind die voll, aber bis dahin warten wir mal. Keine Maschine. Traktor Riga. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir brauchen noch einen zusätzlichen Parkplatz dann früher oder später mal. Wo wir vielleicht noch ein paar Maschinen zusätzlich hin tun. Die sind da leider so riesig. Also die Parkplätze. Guck mal, da bräuchte man auch eine. Nee, sehe ich nicht. Musste ja schon alles schön ausschauen. So, da lag nämlich auch gleich wieder Strom. Und dann können wir hier nämlich noch, ich sag mal, einen. Komm, da war ich vielleicht kostet 45.000. Na gut, da können wir eh nur einkaufen. Hier hinstellen. Könnte man es noch einkaufen sogar, aber da warte ich lieber mal ein bisschen. Wie gesagt, wir wollen ja nicht ganz auf Null kommen. Ja. Sehr schön. So, spüren wir mal ein bisschen vor. Haben wir hier eigentlich jetzt schon irgendwas erledigt? Nee. Wir müssen den ja noch anpflanzen. Und ich glaube nicht, dass der überhaupt noch hier was anpflanzt. Arbeitet momentan auf Feld. Alter Falter. Eins, zwei, drei, vier Leute arbeiten hier momentan auf Feld. Was machen die denn da? Warum arbeiten denn dann so viele? Guck mal, die stehen jetzt hier, wurden gerade überfahren. Weiß ich nicht, kommt da jetzt irgendwie wieder so eine Spezialmaschine zum Einsatz? Wo ich natürlich wieder keine Ahnung habe, was die dann tut. Ah, guck mal eine andere. Das gucken wir mal ganz genau an. Die sitzen da hinten. Ach so. Die sitzen da hinten drauf. Wahrscheinlich genauso wie hier. Und sehen dann hier das Feld an. Cool. Das ist ja Präzisionsarbeit. Finde ich cool. Da wächst der Kohle. Anscheinend noch vor dem Winter. Der hält noch 56 Tage. Wann trifft der Winter? 73 Tage. Da siehst du, das funktioniert noch. Sehr schön, sehr schön. Dann werden wir mal hier hinten irgendwo kein Glück mehr haben. Gedüngt. Pflanzmaschine. Stellen wir uns vielleicht noch einen Trecker dazu. Ich den finde. Ach so, ich könnte ja hier gucken. Hahaha. Und dann schauen wir mal. Fluglili. Können wir auch noch einen dazu? Das war genügend Werkzeug haben. Ich meine, warum auch nicht? Pflanzmaschine. Die hier. Zustand 48. Nee, da kaufen wir uns eine neue. Die kann aber ruhig hier hinten hin. So, und ich glaube, dann sind wir auch für die Zukunft wieder ganz gut gerüstet. Sollte ich... Ah, guck mal. Pflanze cool. Das ist schon wieder erledigt. Wir müssen das alles nur einmal pflanzen. Aber ich habe das Gefühl, wir werden hier irgendwo nicht pflanzen können. Kultivieren gedüngt. Hier nämlich. Aufgrund des nahenden Winders können einige Feldarbeiten nicht durchgeführt werden. Ich weiß nicht genau, ob das hier bei dem auch der Fall ist. Kann ich hier nicht? Hallo? Hallo? Auf Mist umstellen? Hallo? Wieso geht das nicht? Ich kann hier nicht von Kunsthünger auf Mist umstellen. Das ist ja doof. Hm. Funktioniert bei dem nicht. Vielleicht später. So. Dann gucken wir mal hier. Huch. Was stellt denn der da her? Produktion. Nee, sehe ich nicht. Nee, 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 nee. Äh. Du stellst das her, was uns am meisten bringt. Und das ist in dem Fall... Wo ist die Ziege? Da ist die Ziege. Wir können hier eh nur Ziegenmilch herstellen. Bei dem anderen hätten wir ein bisschen was anderes. Bei der Kugmilch hätten wir überhaupt ganz verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir eh nur Ziegenkäse. Knappe 60.000. Bitteschön. Und braucht natürlich auch Arbeiter. Haben wir da noch Platz? Da haben wir noch reichlich Platz. Verarbeitung Maschinen. Ja. Ist okay. So, ich setz mal nur die eine da rein. Weil dann geht die Produktion nicht wirklich schnell vonstatten. Dann können wir eben mal gucken, wie viel dann da schlussendlich wirklich hergelagert kommt. Und wenn dann sich da die tausenden Liter an Ziegenmilch stapeln sollten, dann können wir immer noch jemanden dazu tun. Also so ist ja nicht. Da drückt ja die Zeit nicht. So, die Trecker fahren langsam aus. Nicht genügend Arbeiter. Okay, dann gucken wir hier auch nochmal ganz fix. Wobei ich glaube, dass wir dann mit den Arbeiter jetzt bald zu einem Ende kommen müssen. Dann haben wir wirklich wirklich, 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 wirklich viel zu viele. Und im Winter sitzen die dann alle nur rum. Wir könnten uns natürlich immens viele Saisonarbeiter anstellen, aber das will ich nicht. Ich setze ja auch Geld ein für die Ausbildung von denen. Also von dem her möchte ich, dass sie dann auch hier bleiben. Pflanze Kohle an. Mich würde es ja interessieren, ob wir das wirklich nur anpflanzen sollen oder ob wir mit dem dann irgendwas anfangen sollen nachher. Die Frage ist, können wir mit dem Kohle überhaupt irgendwas anfangen? Na, wir können den Kohle nur verkaufen. dann machen wir das natürlich auch, wenn wir dann mal geerntet haben. Können wir mit dem Mohn etwas anfangen? Mit dem Mohn könnten wir etwas anfangen. Ich weiß zwar nicht genau, was das hier ist. Vielleicht soll ich das erst mal rausfinden. Gemahnener Mohn. Okay. Im Lager. Vielleicht müssen wir den nämlich herstellen. Das kann möglich sein. Hier nehme ich den normalen Mohn Blumen. 2,13 Euro pro Kilo und der kostet schon 12 Euro pro Kilo. Also den Mohn, den behalten wir uns nochmal vor. Was haben wir noch? Schwarze Johannisbeere. Da könnte man wieder Konfitüre Marmelade herstellen. Da warten wir auch nochmal. Und was war das letzte? Äh. Schwarze Johannisbeere. Mohn. Kohl. Scheiße. Stachelbeere? Das ist die schwarze Johannisbeere. Die Stachelbeere ist das glaube ich. Genau. Wahrscheinlich können wir da auch Marmelade herstellen habe ich das Gefühl. Jo. Stachelbeere Konfitüre. Okay. Also das einzige was wir direkt verkaufen können ist den Kohl. Den brauchen wir da drüben auch nicht. Den Kohl brauchen wir da drüben auch nicht. Den braucht überhaupt niemand. Hier brauchen wir vielleicht noch ein paar Tiere. Der wäre ganz nett. Hä? Fressen die alles? Achso. Das hier nicht. Upsi. Dacht schon. Wir haben immer nur vier angekreuzt bisher. So. Drei von acht. Dann gucken wir da nochmal ob jemand gut mit Tieren kann. Die kann gut mit Verarbeitung und mit Tieren. Der kann naja eher beides ganz schlecht. Ne. Da warten wir noch. Halt doch mal hier gucken. So. Aber jetzt ist genug dann. Das Haus ist eh gleich voll. Jetzt ist dann genug. Irgendwann muss Schluss sein, Freunde. Irgendwann muss Schluss sein. So. Tiere pflanzen. 1200. Okay. So. Hä? Was ist denn hier los? Die Tiere sind bereit für die Zucht. Auf Experte wartend. Aha. Und warum verhungern die? Weil es jetzt ein viertes Tier gibt. Oder was? Wo ist denn die? Die sind ja nicht gestorben. Die lebt ja noch. Was macht die Frau Elisa Knopf? Unterwegs nach Schorne. Das will ich mal hoffen. So. Jetzt geht es denen wieder gut. Sonst bist du bald da hinten im Schlachthaus. Meine Liebe. So geht das nicht hier. So. Es ist ein Tier. Es ist ein Tier. Es ist ein Tier. Gewächshaus. 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 Tschüss. 283. Na ja. Das ist ja nicht mehr so viel da hinten was wir da haben. Wann werden denn die geerntet? 22 Tage. 14 Tage. 21 Tage. 27 Tage. Das ist was anderes. Weil sollten wir uns noch so ein paar Glashäuser hier hinten aufstellen mit. Mit dem hier. Oder wäre das eine Idee? Würden die da hinpassen? Die würden gut hier hinpassen. Zumindest mal zwei Stück. Wenn nicht sogar drei Stück. Dann können wir nämlich da hinten jemanden zweiten einsetzen und ein bisschen mehr Marmelade verkaufen. Also jetzt schon wieder ein neues Tier. Ja. Der Schlachthof wird sich freuen. Noch eins. Können wir uns jetzt hier ändern? Ja. Jetzt geht's. Guck mal. Okay. Erdbeeren werden glaube ich eh automatisch hoch. Achso ja. Genau. Beetautomatisch. 360. Was? Achso. 120. Okay. Dann müssen wir hier. 360. 480. 600. 720. Das wollen wir immer eben genügend auf Lager haben. Das ist mir wichtig. Obwohl wir natürlich nicht 720 brauchen, weil die ja nicht alle gleichzeitig gepflanzt werden müssen. Aber egal. Lieber mehr auf Lager, als dass wir dann da stehen und nichts mehr machen können, weil wir die Lager leer geräumt haben. Das wäre dann sehr blöd. So. Wie schauen wir aus? Eigentlich fehlt jetzt nur noch der Mohn und der kann nicht gepflanzt werden, weil wir jetzt den Winter haben. Na herzlichen Glückwunsch. Achso. Die Stachelbeere ist da hinten. Hier. Da ist der Mohn. Dann würde ich sagen, wenn hier jetzt was rauskommt, bei dem hier, bei der schwarzen Johannisbeere und bei der Stachelbeere, die verkaufe ich jetzt einmal mal manuell. Die verkaufe ich jetzt einmal mal manuell. Ich will da jetzt nichts einstellen, dass die dann irgendwie direkt, oder verkaufe vielleicht gar nicht. Vielleicht lasse ich auch einfach mal im Moment. Ich möchte nämlich nichts einstellen, was wir dann vielleicht später bereuen, wenn dann wieder die liebe Anna kommt, unsere Kampagnenmasterin und uns irgendwelche lustigen Missionen gibt, wie verkaufe das und das oder stelle Marmelade her und dann fangen wir wieder beim Notladen. Genauso wie es nämlich bei den Kühen war. Wir haben Kühe geschlachtet, wir haben Kühe verkauft und irgendwann ist Simon um den Decke gekommen, hey, verkauf mal 1500 Kilo Kühe, also Kuhfleisch, also Rindfleisch, weißt du schon, nachdem wir irgendwie quasi schon 5 Tonnen verkauft haben. Also, hm, da warten wir lieber ein bisschen. Lieber ein bisschen warten und dann gucken, was uns die anderen sagt. Alter, Alter, da geht's ab. Feldgeerntet, Feldgeerntet, 188 haben wir hier drin. Jetzt haben wir zumindest keinen Mitarbeitermangel mehr. Guck mal, ich sehe kein Symbol. Hier fehlt uns das, weil wir können keine Rotten mehr anbauen. Ja, uns fehlt es halt nur an Kühen. Wie schauen wir hier aus? 1000 Liter. 250 werden verbraucht. Warten wir mal ein bisschen. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. 1000 Liter ist okay. 1000 Liter können ruhig mal auf Lage sein. Wenn es dann 10.000 wären, dann müssen wir uns was überlegen. Dann sollte man jemanden zweiten da noch einstellen. Huch, was macht denn der da? Ach so, der holt jetzt die Ballen ab. Finde ich cool, wie der das da auflagert. Weißt du, wer nicht wo er die letzten da hinlagert? Aber okay. So, vielleicht stellen wir da noch so einen kleinen Brunnen. Einfach mal dekorationsmäßig rein. Wenn dekorativ ist das Wort, das ich hier suche und nicht gefunden habe. Können wir da auch einen hinstellen? Ach komm. Wir können die ja nachher immer noch demolieren. Da haben wir einen. So, ein paar Brunnen gesetzt. Ist ja auch schön. Was fürs Auge. Oh, 3000 Liter. Okay, Freunde. Also ich glaube, mit der Ziegenmilch kommen wir auf ein Niveau, das ein bisschen zu groß ist. Also ich glaube, da sollte man vielleicht gucken, dass wir da in der nächsten Folge dann noch den ein oder anderen Mitarbeiter dort hinein quetschen in die Verarbeitungsanlage. Damit wir auch dort schönen, teuren Ziegenkäse herstellen können und den dann auch verkaufen können. Wieder 265.000 am Konto. Also das geht schon rasant. Wir können gar nicht so viel kaufen, was wir da verdienen. Geil, 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 geil. Ich würde sagen, nächste Folge kümmern wir uns mal um die Ziegen. Um die Ziegenverarbeitung, um den Ziegenkäse. Und schauen mal, was dann hier bei den Feldern noch so ansteht. Den Winter müssen wir irgendwie rumbringen. Da können wir dann auch noch eine Stufe höher schalten. Aber ich würde ihn schon ganz gerne erleben. Also ich will jetzt hier nicht den ganzen Winter überspringen, nur dass wir die Mission weiterbringen. Ich würde ihn schon ganz gerne erleben, nur halt ein bisschen schneller als sonst. Gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir dann sonst noch alles so schaffen hier drüben bei den Ziegen. Erstmal die Ziegenmilchverarbeitungsanlage hier unten. Und dann schauen wir mal, was wir mit den Ziegen machen. Vielleicht setzen wir noch ein paar Leute rein. Vielleicht setzen wir dann noch zusätzlich noch ein paar Ziegenhöfe hin, dass wir nicht zu viele Leute wieder haben. Es ist ein bisschen so hin und her. Wir schauen uns das dann genau in der nächsten Folge an. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen. Und morgen geht's weiter mit der nächsten Runde von Let's Play Farm Manager 2021. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.